Ich verstehe eure Bedenken, aber denkt an die möglichen Belohnungen. Lasst mich reden, mit diesen Boten. Nein, wir müssen mit ihnen verhandeln. Die Jungfrau hat entschieden, dass ihr nicht hierher gehört. Du werdet heute Nacht die Erde füttern. Hä, ich kann nicht langen, auch jetzt. Was ist das denn gerade gewesen? Hat der uns gestunnt oder was? Können uns alle gerade nicht bewegen, ey. Was ist das denn? Plus. Selene hat versprochen, dass Langkrane heute Nacht auf die Jagd gehen würde. Und hier seid ihr ja auch. Selene hat versprochen, dass Langkrane heute Nacht auf die Jagd gehen würde. Seht ihr, wie sie sich um uns kümmert, meine Töchter? Und hier habt ihr ja auch. Die Waldmutter hatte viel erregt. Seht ihr, wie sie sich um uns kümmert, meine Töchter? Ihr habt vielleicht ihr Leben genommen. Aber Langkraldes Töchter sind nicht verschwunden. Selene hat sie mit ihrem Geschenk gesegnet. Das Geschenk des Geisterlebens. Seht, wie ihre Jagd erneut beginnt. Das Geschenk des Geisterlebens. Huhu. Okay. Rulong? Rulong. Wird von woanders geöffnet? Wie lange also? Rulong. 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 Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht der richtige Bus. Oder auch gleich doch. Ne, natürlich nicht. Schaut, was wir mit unserem Heim gemacht haben. Nehmt sie aufeinander. Nehmt sie nicht. Ring des Hexas. Ja, geil. Haben wir das auch geschafft.